Guten Morgen, schön euch zu sehen. Wir sind im Buch der Sprüche und dort in Kapitel 25. Ich werde grundsätzlich aus der neuen Genfer Übersetzung lesen, aber auch aus der Elberfelder. Also wundert euch nicht, wenn es manchmal nicht ganz wörtlich dasselbe ist. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, beim Buch der Sprüche ist es sowieso so, dass das manchmal ein bisschen unterschiedlich ist von Übersetzung zu Übersetzung. Das Buch, habe ich mir sagen lassen, ist schwer zu übersetzen. Also das ist wohl für die Übersetzer eine ganz schöne Aufgabe. Und manchmal sind auch mehrere Bedeutungen möglich für einen Satz. So, das werden wir heute auch sehen. Und das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass in eurer Bibel irgendwie, Moment mal, hier steht was ganz anderes oder ihr habt vielleicht eine englische Bibel oder oder oder. Eine Schlachter Übersetzung, eine Elberfelder Übersetzung, eine Luther Übersetzung oder eine neue Genfer. Das kann dann manchmal so ein bisschen unterschiedlich sein. Ich lese es jetzt aber und fange jetzt einfach trotzdem erstmal an mit Kapitel 25 vom Buch der Sprüche. Und das Buch der Sprüche nur nochmal für die, die vielleicht heute das erste Mal da sind und sich fragen, was ist das für ein komisches Buch? Das ist wirklich, ja, Spruch für Spruch. Es gibt in den ersten Kapiteln ein bisschen, die ersten Kapitel sind vom Hängen mehr zusammen. Da hast du mal so ein Kapitel, da hast du viele Sätze, die sich so um ein Thema drehen. Aber grundsätzlich ist das Buch der Sprüche wirklich so Spruch für Spruch für Spruch. Gedanke für Gedanke für Gedanke. Und manchmal, manchmal hängen die auch zusammen, manchmal wiederholt sich das auch nochmal. Manchmal greift der Autor einen Gedanken auch nochmal wieder auf und formuliert den nochmal ein bisschen um. Aber grundsätzlich, und das ist hart, also es ist auch nicht so leicht zu predigen, weil du kommst nicht in so einen Flow in deiner Predigt, sondern es kommt immer Gedanke und dann kommt wieder ein ganz anderer Gedanke und dann kommt noch ein Gedanke. Und für uns zum Zuhören ist es auch nicht so leicht, das weiß ich. So eine Stunde lang Sprüche zu hören, ist schon nicht so ohne. Aber grundsätzlich sind das, ja geht es hier um Weisheit. Und darum, dass man, dieses Buch wurde geschrieben, damit die Menschen, die das lesen, weise werden. Das ist der Grund dieses Buches, ist es, ja uns klug zu machen, uns weise zu machen. Im Sinne Gottes. Und das ist wichtig. Das wusste König Salomo, der für viele dieser Sprüche verantwortlich ist, wusste, es ist unglaublich wichtig, klug zu sein. Es ist unglaublich wichtig, weise zu sein. Weil, ja, König zu sein oder alle möglichen Dinge erfordern doch jede Menge Weisheit von uns. Es fängt ja schon damit an, wenn du Eltern, wenn du Papa wirst, wenn du Mama wirst, wie viel Weisheit braucht man dafür, ein Kind irgendwie einigermaßen vernünftig zu erziehen. Also da braucht man viel, viel Weisheit. Es kommen echt Situationen, mit denen hat man nie gerechnet. Wie gehe ich dann damit um? Es erfordert jede Menge Weisheit. Meistens können wir gar nicht genug davon haben. Aber wenn wir sehr weise sind, wenn wir weise und klug sind, dann hat das einen sehr positiven Effekt, eine sehr positive Auswirkung auf unser Leben. Aber auch auf das Leben der anderen. Also es ist nicht nur für uns irgendwie positiv, ja, ich bin weise und deswegen geht es mir supi. Ja, das tut uns auch gut. Es ist auch gut für uns, weise zu sein, aber es ist auch gut für meine Frau, wenn ich weise bin. Es ist gut für meine Kinder, wenn ich weise bin. Es ist gut für meine Freunde, wenn ich weise bin. Es ist gut für die ganze Gemeinde, wenn ich weise bin. Wenn du weise bist, ist es gut für mich. Also, lasst uns versuchen, weise zu werden. Denn, ja, das ist mega, also dann, das ist sehr, sehr, ja, sehr positiv. Es ist sehr gut und sehr kraftvoll. Fangen wir aber einfach mal an. Jörg hatte schon den ersten Vers noch angesprochen. Auch dies sind die Sprüche Salomos, die die Männer Hiskias, des Königs von Judah, zusammengetragen haben. Also, das ist nochmal so, jetzt fängt nochmal so eine Verssammlung an, die hat jetzt nicht Salomo so direkt irgendwie aufschreiben lassen, sondern die haben die Leute von Hiskias nochmal zusammen gesammelt. Die haben sie irgendwo noch gefunden oder kannten sie noch, die wurden mündlich überliefert. Die haben sie hier nochmal ab. Also, das ist jetzt der Part von den Sprüchen, wo die das nochmal so zusammengetragen haben und nochmal aufgeschrieben haben. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Das ist eigentlich so ein ermutigender Spruch für alle, die hier in die Wissenschaft gehen wollen von euch, die studieren wollen, irgendwas wissenschaftliches, in die Forschung gehen wollen. Salomo selber war ja auch so ein Forscher. Salomo hat sich viel beschäftigt mit seiner Umwelt. Er hat seine Umwelt erforscht. Er hat die Menschen beobachtet und hat ihre Verhaltensweisen erforscht und aufgeschrieben. Er hat aber auch Tiere beobachtet, das wissen wir. Er hat sich viel einfach mit seiner Umwelt beschäftigt und im Rahmen seiner Möglichkeiten seine Umwelt erforscht. Das ist eine gute Sache zu forschen. Die Ehre der Könige, ja, die hatten die Zeit dafür zu forschen. Stell dir mal vor, so ein Bauer, der hatte keine Zeit irgendwie zu forschen. Der musste überleben. Ja, der musste seinen Acker bearbeiten. Er musste seine Tiere irgendwie versorgen. Da ist er nicht noch mal eben zu Feierabend, hat er noch mal ein bisschen geforscht. Ist in sein Labor auf seinen Bauernhof gegangen und hat noch irgendwas erforscht. Könige oder die Leute, die für Könige gearbeitet hatten, hatten das Geld und die Zeit dafür, Dinge zu erforschen. Ja, es war wirklich die Ehre der Könige, Forschung zu betreiben. Weil wer sollte das sonst machen? Man musste irgendwie versorgt sein. Wenn man forschen wollte, muss es ja, ihr wisst das, muss es irgendeinen Gönner geben, der einem Mittel zur Verfügung stellt, damit man forschen kann. Weil man in der Zeit, wo man forscht, nicht zur Arbeit gehen kann. Oder es ist eine Arbeit, aber irgendjemand muss das ja bezahlen. Irgendjemand muss das so toll finden, dass du forscht oder so wichtig, dass er dir die Kohle dafür gibt. König Salomo, wissen wir, war sehr reich. Also er hatte sicherlich viel Zeit zum Forschen. Und ihm hat das auch Spaß gemacht. Und er hatte auch Hilfe von Gott. Er hatte extra darum gebeten. Gott, mach mich weise. Ich brauche diese Weisheit. Und ja, er war auch ein sehr, sehr kluger Kopf. Jetzt lesen wir aber mal weiter. Der Himmel an Höhe und die Erde an Tiefe. Und das Herz der Könige ist unerforschlich. Da kann ich euch ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Sicherlich einfach, wir müssen uns ja vorstellen, diese Sprüche wurden auch dazu geschrieben, um Könige oder Königskinder zu unterweisen. Also um Königskinder klug zu machen, damit sie dann auch später kluge Könige sind und klug regieren. Es ist sicherlich ein sehr weiser Rat. Junge, denk daran, die Könige, mit denen du verhandeln wirst, mit denen du sprechen wirst. Du weißt nie, was so in deren Herzen wirklich vorgeht. Das ist letztendlich in die Tiefe unerforschlich. Das wissen wir sowieso nicht. Wir denken, jemanden zu kennen, aber letztendlich wissen wir alle, okay, wir kennen einander bis zum gewissen Punkt. Bestimmte Dinge aneinander kennen wir auch nicht. Die sind auch irgendwie unerforschlich. Manchmal kennen wir uns ja selber nicht hundertprozentig. Manchmal entdecken wir irgendwie eine Seite an uns. Manchmal freuen wir uns so, oh wow, ich bin ja musikalisch. Das ist so das Schöne, wenn man mal was Neues an sich entdeckt. Oder aber man erschreckt sich über sich selbst und denkt so, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so sauer werden kann. Das sind die nicht so schönen Momente, wo man sich selber nochmal besser kennenlernt. Aber letztendlich, ja, wer kennt uns schon ganz? Eigentlich nur Gott, nicht mal wir selber. Vers 4. Man entfernt, man entferne die Schlacke aus, jetzt lese ich ja doch in der Elberfelder, siehste. Fange ich mal mit der NGÜ an. Wenn man die Schlacke vom Silber entfernt, dann gelingt dem Silberschmied das Gefäß. Wenn man einen gottlosen Berater aus der Nähe des Königs entfernt, dann wird sein Thron durch Gerechtigkeit gefestigt. Das Wort Berater steht jetzt hier nicht unbedingt bei der Elberfelder, aber man kann sich vorstellen, dass es hier um einen Berater geht. Dass der Thron des Königs, also seine Herrschaft, dadurch gefestigt wird, beständiger ist, wenn schlechte Berater gehen müssen. Wenn man schlechte Berater kündigt, feuert und sagt, du bist jetzt hier nicht mehr mein Berater. Es gab eine ganze Menge gute Berater in der Bibel. In einigen Geschichten haben wir so jemanden wie Daniel oder Josef. Es waren unglaublich gute Ratgeber für die Könige in den jeweiligen Geschichten. Und deswegen waren sie auch unglaublich gefragt. Die Könige haben gerne ihren Rat in Anspruch genommen. Und oftmals wussten die anderen Ratgeber auch, sich gar nicht zu helfen. Aber was wirklich eine schlechte Sache ist, wenn du einen in deinem Team hast, einen Ratgeber, der wirklich gottlos ist. Und du bist aber ein, du bist nicht ein gottloser Mensch, du bist ein König, der möchte gerne mit Gott leben. Der möchte gerne sein Königreich so führen, dass es Gott gefällt oder seine Firma oder seinen Laden oder was auch immer, was du hast irgendwie. Und du willst, dass auf eine Art und Weise deine Firma leiten, ja, dass es Gott gefällt. Du willst mit deinen Mitarbeitern so umgehen, wie du denkst, dass es Gott gefällt. Du willst, ja, du willst nicht einfach nur gewinne, gewinne, gewinne. Du möchtest wirklich das Ding, ja, zusammen mit Gott sozusagen aufziehen. Dann ist es aber echt mega schlecht, wenn du einen Berater in deinem Team hast, der ganz anders tickt. Der völlig gottlos ist, dem das völlig egal ist. Der ganz andere Ziele hat, der ganz andere, der gar keine Skrupel hat. Sondern der sagt, ist doch egal, Hauptsache das Ding läuft. Und du so, nein, das ist nicht die Hauptsache. Also, es ist gut, wenn gottlose Berater, ja, wenn man sie letztendlich auch, ich musste so an Herr der Ringe denken, wer den Film oder die Bücher kennt, Schlangenzunge, oder? Kennst du jemanden, Schlangenzunge? Das ist dieser Einflüsterer bei König Theodren, ist es König Theodren oder was auch immer, egal. Bei irgendeinem König, dieser fiese Berater, der die ganze Zeit immer so... Irgendjemand kommt zum König so, oh mein König, die Feinde greifen an. Und der so... Und der König so... Egal. Und alle so, what, was, 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 wieso egal? Und der Berater wieder so... Und also, das ist natürlich so extrem auf die Spitze getrieben in Herr der Ringe, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Das ist natürlich Gift, ja, für dein Königreich, wenn so ein Typ neben dir sitzt und dir die ganze Zeit so richtig schlechte Tipps gibt. So richtig schlechte Tipps gibt. Okay, ihr versteht den Vers. Genau, wir lesen mal weiter. Spiel dich nicht in Gegenwart, Vers 6, spiel dich nicht in der Gegenwart des Königs in den Vordergrund und stell dich nicht an denselben Platz wie die Würdenträger. Denn besser, man fordert dich auf, komm, nimm Platz hier oben, als dass man dich in Gegenwart eines Vornehmens herabsetzt. Also, bei euch klingelt jetzt vielleicht was, ihr habt vielleicht schon mal so einen ähnlichen Vers gehört. So in der Art. Und wahrscheinlich habt ihr den mal gehört, als ihr das Lukas-Evangelium durchgelesen habt. Denn, witzigerweise, zitiert Jesus genau diesen Vers hier an einer Stelle. Wenn ihr mal aufschlagen wollt in Lukas, Kapitel 14. Auch eine ganz spannende Situation. Jesus ist eingeladen zum Essen. Und er ist eingeladen von den Würdenträgern. Er ist eingeladen jetzt nicht von irgendwie Hans Dampf hier, aus irgendeinem Typ, von der Straße, sondern er ist eingeladen von den Würdenträgern, von bedeutenden Leuten. Und er ist da beim Essen. Das Essen geht los. Kapitel 14 von Lukas. Vers 7. Er sprach aber auch zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten. Also Jesus beobachtet diese typische Ankommen-Situation. Er war vielleicht der Erste. Keine Ahnung. Er hat sich schon mal so an den Tisch gelegt irgendwo. Wird auch nicht gesagt, wo Jesus jetzt lag. So am Tisch. Also die lagen ja irgendwie so am Tisch. Keine Ahnung, ob er irgendwie ganz hinten lag oder in der Mitte. Ganz vorne wahrscheinlich nicht. Und er guckt sich jetzt das Spiel an, ja. Der Bürgermeister oder so hat eingeladen. Oder irgendein ganz toller Schriftgelehrter Professor so und so hat eingeladen, ja. Ganz tolles Abendessen. Voll die Ehre, wenn der Typ einen einlädt. So uiuiuiuiui. Das ist schon was ganz Besonderes, so. Aber wo setze ich mich dann so hin? Also ihr wurdet wahrscheinlich alle noch nie eingeladen von irgendeinem Typen. Von irgendeinem mega krassen Professor oder so einem, keine Ahnung, mega heftigen Typen aus Wirtschaft oder Politik. Aber ich glaube schon, dass man sich dann so, wenn es keine Tischkarten ist, es ist ja auch bei Hochzeiten, oder? Ihr kennt das vielleicht von Hochzeiten, ne? Es gibt die Hochzeiten mit Tischkarten, es gibt die Hochzeiten ohne Tischkarten, ja. Und so ein bisschen je nachdem. Manche mögen es lieber, ich suche mir meinen Platz einfach aus, weil vielleicht hast du ein ganz gutes Gespür dafür und triffst da irgendwie immer so den richtigen Platz. Oder manche sind lieber, sind ganz froh, wenn es Karten gibt, weil dann weiß man, wo man sitzt, dann muss man da nicht groß drüber nachdenken. Aber mal angenommen, es gibt keine Tischkarten, du kommst auf diese Hochzeit und da musst du dich ja erstmal fragen, ja, in welcher Beziehung stehe ich denn zu denen? Bin ich ein enger Freund? Bin ich der beste Freund von denen? Bin ich schon so ein guter Freund, dass ich zur Familie gehöre? Ja, dann kann ich mich ziemlich nah an das Brautpaar setzen, aber so direkt an den Tisch vom Brautpaar vielleicht auch nicht, weil das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Also das ist ja auch ein Statement irgendwie. Weil das ist ja meistens dann die Familie oder die Trauzeugen oder so. Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Du kommst also an diesen Tisch und du weißt nicht, wo soll ich mich hinsetzen? Wenn ich mich nach ganz hinten setze, ist es vielleicht ein bisschen zu tief gestapelt. Aber ganz vorne ist es vielleicht auch ein bisschen zu krass. Die Weisheit hier in Sprüche, das was Salomo sagt und was Jesus dann auch zitiert, ist, hey, setz dich erstmal ganz hinten hin. Grundsätzlich. Setz dich doch erstmal nach hinten, weil, wenn du wirklich so wichtig bist, dann wird der Gastgeber, dann wird das Brautpaar kommen und sagen, hey, was macht ihr denn da hinten? Kommt doch hier nach vorne zu uns. Wir wollen euch an unserem Tisch haben, am Brautpaartisch. Das wird passieren, wenn ihr wirklich so wichtig seid. Und wenn ihr nicht so wichtig seid, dann werdet ihr da hinten bleiben. Aber lasst, geht das Ganze erstmal ganz entspannt an und setzt euch erstmal nach hinten. Das ist einfach klug, das ist weise. Alles andere könnte diverse Stresssituationen verursachen, weil das Brautpaar, stellt euch mal vor, ihr setzt euch an den Tisch vom Brautpaar. Es ist ja für euch, okay, peinlich, weil ihr seid vielleicht nur so ein Bekannter vom Brautpaar. Und ihr habt einfach so dieses Selbstbewusstsein und setzt euch da direkt zu denen, weil ihr irgendwie so denkt, wieso, ist doch schön. Es ist nicht nur für euch peinlich, es ist auch für das Brautpaar eine ganz bescheuerte Situation. Weil jetzt müssen die sich überlegen, ach du Scheiße, jetzt sitzt der Typ ganz vorne an unserem Tisch, wo eigentlich Tante Frieda sitzen sollte. So, entweder wir erklären jetzt Tante Frieda, dass sie da ganz hinten sitzen muss, bei irgendwelchen Leuten, die sie noch nie gesehen hat, bei den Arbeitskollegen von mir, mit denen ich vor 20 Jahren mal zusammengearbeitet habe, ja, die ich selber schon fast nicht mehr kenne, da tun wir Tante Frieda hin. Oder ich muss jetzt zu diesem Typ gehen und ihm sagen, tut mir leid, das geht nicht, aber du musst ganz hinten sitzen. Super unangenehm. Okay, vielleicht bist du da ganz easy und entspannt und machst das so, aber für manche ist das schon richtig hart und richtig fies. Und für dich dann auch vor allen anderen. Stell dir mal vor, alle Tische, alle Leute sitzen schon, gucken so alle auf diesen Tisch und dann kriegen die das alle mit, dass du so ein Honk bist und dich einfach komplett falsch hingesetzt hast. Naja, gut. Also Jesus zitiert das hier in Lukas. Er beobachtet das hier, das Ganze. Er schaut, wie die Leute ihre Plätze wählen. Das ist interessant. Vielleicht guckt ihr mal bei der nächsten Hochzeit, wo keine Tischkarten sind, wie die Leute so ihre Plätze wählen. Dann sagt Jesus aber, er sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geärterer als du von ihm eingeladen sei und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche, mach diesen Platz und dann wirst du anfangen mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Peinlich, sehr, sehr peinlich. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz. Damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht, Freund, rücke höher hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Also das ist viel weniger peinlich, das ist total cool. Dann sehen alle, oh krass, er ist ja voll der Bekannte von ihm. Cool, interessant. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du einen Mittag oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde, sondern wenn du ein Mal machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber letztendlich ist Jesus hier nicht dabei, irgendwie gute Tischmanieren zu etablieren, okay? Und für die Nachwelt, für uns so zu sagen, so hey, liebe Christen weltweit, ich möchte, dass ihr gute Tischmanieren habt. Ich glaube, das, was Jesus jetzt hier anspricht, ist viel größer. Es geht nämlich eigentlich um die Auferstehung. Es geht eigentlich um das Reich Gottes. Es geht eigentlich um dieses, wisst ihr, die Juden haben sich das so vorgestellt, wenn Gott sein Reich gründet, dann gibt es ein großes Festmahl. Steht auch in Jesaja, Kapitel 12, nee, 25. Das große Festmahl auf dem Berg Zion. Und dann haben sie sich vorgestellt, dann wird es erstmal ein riesiges Fest geben. Und dann werden alle Gerechten, alle Guten, werden dabei sein. Alle Bösen sind nicht eingeladen. Aber alle Guten, alle, die sich an Gottes Gebote gehalten haben und die sich besonders gut, besonders Gottes Wort ernst genommen haben und danach gelebt haben, die werden ganz vorne sitzen. Ja? Und jetzt ratet mal, wo sich die Leute, die Jesus hier zum Abendessen eingeladet haben, wie die sich selber gesehen haben, an welchem Platz bei Gottes Gast mal. Die haben sich ganz vorne gesehen. Die haben gesagt, wir sind welche von denen, die werden ganz vorne an Gottes Tafel sitzen, wenn Gottes Reich kommt. Und wir werden, ja, wir werden diese Ehrenplätze bekommen. Und das ganze Thema, was Jesus jetzt hier aufmacht, ist, Nein, irrt euch nicht, irrt euch nicht. Denn da vorne an der Tafel bei diesem Fest, da werden vielleicht ganz andere Leute sitzen, als ihr denkt. Und ihr werdet vielleicht ganz hinten sitzen. Vielleicht werdet ihr nicht mal dabei sein. Das ist eigentlich das krasse Ende von dem Ganzen, was Jesus... Also bitte ordnet diese ganze Geschichte nicht nur unter Tischmanieren ein, sondern da geht es um was viel Größeres. Ja, Gott, Gottes Herz für die Schwachen. Gottes Herz für die Kranken. Gottes Herz für die Sünder. Für die, die, ja, die es nicht auf die Kette kriegen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Vielleicht werden sie auf deinem Platz sitzen. Und vielleicht wirst du auf ihrem Platz sitzen. Jesus hat solche Dinge manchmal gesagt und es war schockierend für die Leute damals. Aber wir lesen mal weiter in Sprüche. Das ist die Sache mit den Plätzen. Aber es ist auch so, tatsächlich eine gute Weisheit, denke ich. Es ist klug, wenn man sich nicht so aufspielt und immer an den besten Platz direkt setzt. Wir lesen mal weiter in Sprüche 25, Vers 8. Dann zieh damit nicht vorschnell vor Gericht. Ah, nee, Quatsch. Vers 7, zweiter Teil. Und das ist so ein bisschen in den Übersetzungen unterschiedlich. Bei euch steht vielleicht, denn es ist besser, man, Vers 7, denn es ist besser, man sagt zu dir, komm hier herauf, als dass man dich heruntersetzt vor einem Edlen. Also vor den Leuten, wirst du zurückgestuft sozusagen, vor den Augen der Leuten. Und dann steht hier, was deine Augen gesehen haben, geh damit nicht vorschnell zum Gericht. Genau. Ja. Also bei manchen, manche Übersetzer nehmen halt dieses mit den Augen noch zu dieser ganzen Sache mit dem Essen und sagen, damit du nicht vor den Augen der Edlen zurückgestuft wirst, manche Übersetzer entscheiden sich dafür, das mit den Augen jetzt zu dem nächsten Spruch dazuzunehmen. Darauf wollte ich hinaus. Also gut, ist auch egal, ich lese mal weiter. Was deine Augen gesehen haben, geh damit nicht vorschnell zum Gericht. Denn was willst du hinterher machen, wenn dich dein Nächster beschämt? Also hier eine ganz simple Warnung von Salomo, geh nicht vorschnell vor Gericht, überleg es dir gut, ja, wenn du ein Gerichtsverfahren anstrengen möchtest, überleg dir gut, ob du wirklich Chancen hast, den Prozess zu gewinnen. Mach das nicht vorschnell, mach das nicht, weil du sauer bist, jemand ist gegen dein Auto gefahren, du bist tierisch sauer, dein neues Auto. Du hörst von meinem Anwalt, sie hören von meinem Anwalt. Ja, habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, in so total bescheuerten Situationen. Ich habe das sogar schon mal im Kindergarten gehört, von einem Papa. Der hat mir das in der Kindergartengruppe entgegengeschrien. Sie hören von meinem Anwalt. Das hat mancher Erzieher schon gehört. Hier ist zumindest noch einer hier im Raum, der das auch schon mal gehört hat. Also, und zwar nicht, weil es um irgendwelche Verbrechen geht, die wir begangen haben angeblich, sondern darum, dass Kinder zum Beispiel nicht in den bestimmten, ach, ich danke dir, ja, ich schwitze so doll. Ich hätte doch ein kurzärmliches Hemd anziehen sollen. Bei mir war es zum Beispiel, dass sein Sohn nicht in den Vorschulkurs gehen durfte, weil er noch zu jung war. Da wollte er jetzt seinen Anwalt anschalten und das Ganze, ja, vor Gericht klären. Völliger Blödsinn, ist natürlich nie passiert. Aber ihr wisst, wenn Leute so emotional werden und dann fangen die an, aus dem Bauch heraus irgendwelchen Blödsinn von sich zu geben, den sie dann Gott sei Dank, also es ist ja auch gut für ihn, dass sie es dann auch nicht machen, dass sie dann wieder runterkommen und dann besser wäre natürlich, wenn man sowas gar nicht erst sagt. Ja, wenn man, vielleicht ist man sauer, aber dann halte ich doch erstmal zurück, komme erstmal ein bisschen klar, werde erstmal wieder ein bisschen nüchtern und dann denke über die Sache in Ruhe darüber nach. Vielleicht sprichst du noch mit jemandem darüber, der Weise ist, anstatt gleich rumzupoltern und zu sagen, ich gehe vor Gericht. Ich denke hier, man kann den Vers auch so verstehen, was deine Augen gesehen haben, geh damit nicht vorschnell vor Gericht. Nur deine Augen haben was gesehen. Und wisst ihr was, vor Gericht, damals war es wichtig, dass du zwei Zeugen hattest. Also, es ist besser, wenn du zwei Zeugen hast, die beide bestätigen, ja, das ist wirklich passiert, das war wirklich so, vor dem Richter, als wenn nur deine Augen das gesehen haben, weil dann steht vielleicht Aussage gegen Aussage. Also überleg dir gut, ob du in so einen Prozess reingehen willst, wenn nur du das gesehen hast. Vers 9, wenn du einen Rechtsstreit mit deinem Nachbarn hast oder mit deinem Nächsten, dann gib nicht preis, was ein Dritter dir anvertraut hat, sonst könnte das jemand mitbekommen und so über dich herziehen, dass du deinen schlechten Ruf als Verräter nicht mehr loswirst. Das ist auch ein Thema, was immer mal wieder in Sprüche kommt. Bewahre Geheimnisse, die nur dir an, Dinge, die dir im Vertrauen gesagt wurden, behalte sie für dich. Ja, sei jemand, bei dem ein Geheimnis sicher ist, ich meine jetzt keine bösen Geheimnisse, aber einfach Dinge, die vertraulich sind, die nicht für alle Ohren bestimmt sind, behalte sie für dich und bewahr das für dich und widerstehe diesem Drang, das irgendjemandem oder allen zu erzählen, weil, ja, du bist nicht mehr vertrauenswürdig dann. Das werden alle mitbekommen, das werden, das wird sich rumsprechen, dass du jemand bist, der Geheimnisse überhaupt gar nicht für sich behalten kann und dann wird auch niemand mehr dir ein Geheimnis anvertrauen. Also es geht hier um deine Reputation und um deine Glaubwürdigkeit, das war damals unglaublich wichtig, aber es ist heute eigentlich, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, auch total wichtig, dass wir einen guten, man kann das auch sagen, mit Ruf übersetzen, dass du einen guten Ruf hast oder dass dein Ruf nicht beschädigt wird, das klingt zwar mächtig altbacken, ja, wir denken so, oh Ruf, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert, haha, ja, ja, so, ne, ist doch egal, denkt man vielleicht heute als moderner Mensch, mein Ruf ist mir egal, das ist aber reichlich dumm, so zu denken, auch heute noch, denn ein guter Ruf, das ist etwas sehr Nützliches, das ist sozusagen immaterielles Kapital, wenn du einen guten Ruf hast, ja, wenn du einen, äh, guten Ruf hast, heißt ja, jemand erkundigt sich über dich und fragt, ist der oder die in Ordnung? So, jetzt privat gesehen mag das, ja, so la la schlimm sein, wenn jemand sagt, hm, finde ich nicht, ähm, pass ein bisschen auf bei dem, der lügt ziemlich viel, oder so, ist schon, schon krass, wenn man so einen Ruf hat, dass man so notorischer, oder, nimm das, was er sagt, nicht ganz so ernst, weil er hat eine riesige Fresse, er hat so eine Klappe, ja, er labert und labert, aber du kannst 50% davon eigentlich vergessen, ja, also ihr kennt das, oder er ist so ein Angeber, ja, ne, nimm das alles nicht so ernst, was der Typ sagt, so, ihr, ihr kennt sowas, und, jetzt kann man so sagen, boah, das ist ja total verwerflich, wenn sich jemand über jemanden erkundigt, aber es ist die Realität, es ist die Realität, und manchmal muss es auch sein, du überlegst, hey, ich will den vielleicht mit in mein Team nehmen, kannst du mir was zu dem sagen, und du fragst jemanden, von dem du weißt, der kennt den, und du, du vertraust dem auch, und seinem, seiner, ähm, Menschenkenntnis so, sagst du, was würdest du davon halten, wenn ich den mit ins Team nehme, was weißt du über den, und wenn dir dann jemand sagt, dem du vertraust, ja, das ist ein richtig knorke Typ, oder die ist super, wirklich, also die ist total, die ist vertrauenswürdig, die ist treu, die ist pünktlich, was auch immer gebraucht wird, sie ist fleißig, oder was auch immer, oder die liebt, wenn sie irgendwas anpackt, dann macht die das auch wirklich, und so, solche Dinge, das ist so viel wert, das ist so wertvoll, und es geht nicht darum, dass wir irgendwie künstlich einen guten Ruf etablieren, es geht einfach darum, dass wir weise Menschen sind, die gut leben, weil wir dann einen guten Ruf haben werden, und das einfach ein gutes Zeugnis ist, auch für unseren Glauben, das, das ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Beruf, Beruf und Privatleben, es geht ja auch um unseren Glauben so, ja, wenn alle im Dorf wissen, der Typ ist Christ, der da hinten, der da an der Hauptstraße wohnt, Haus Nummer 11, so, alle wissen das, das ist so ein komischer Christ, der geht in so eine komische freie Gemeinde, so, den Ruf hat er schon mal weg, und es stimmt auch, aber wenn das das größte Arschloch im ganzen Dorf ist, entschuldige ich meine Wortwahl, wenn das der geizigste, fieseste, meckerigste, cholerischste Typ ist im ganzen Dorf, wenn da ein Fußball auf seine Blumen fliegt, dreht er durch, ja, wenn du irgendwie gegen seinen, wenn du irgendwie mal ihn falsch anguckst, geht er wirklich vor Gericht mit dir, weil deine Blumen, weil deine Zweige über seinen Gartenzaun wachsen, strengt er wirklich ein Gerichtsverfahren an, wenn das dein Ruf ist, und du ihn dir auch wirklich erarbeitet hast, es gibt ja auch sowas wie einen falschen Ruf, aber dann ist das richtig schlecht, ich weiß jetzt nicht, wie euer Ruf so bei euch ist, aber bitte, Geschwister, wir müssen doch so, die Leute, also das ist nicht unwichtig, weil das ist in deren Augen dann ein Christ, das ist in den Augen, du vertrittst dann uns, in deinem Dorf vertrittst du uns, unsere Gemeinde, aber nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Christen, die in so komische freie evangelische Kirchen gehen, weil, ah ja, da kannte ich mal einen, der ging auch in so eine freie evangelische Kirche, der war schlimm, so, ich würde die Finger lassen von diesen freien evangelischen Kirchen, weil dieser Typ ging gar nicht klar, nein, ihr wisst ungefähr, was ich meine, wird irgendwie, das hat seine Auswirkungen, und die sind echt, und jetzt sagt er vielleicht, Stefan, du machst dir viel zu viel Gedanken und so, aber das ist auch biblisch, das ist auch biblisch, zum Beispiel in 1. Timotheus schreibt Paulus, Timotheus, ein Ältester in deiner Gemeinde muss einer sein, der einen guten Ruf hat, und zwar bei den Nichtgläubigen in seinem Dorf oder in seiner Stadt, ja, so wichtig ist das, nimm nur einen Ältesten, als Ältesten, von dem alle im Dorf wissen, der Typ ist korrekt, das ist ein korrekter Typ, der ist völlig, der ist in Ordnung, der ist geduldig, der ist liebevoll, der ist nicht immer sofort sauer, das ist ein, auf den kannst du dich verlassen, das ist ein guter Typ, der hilft gerne, ist hilfsbereit, wenn du so einen hast, nimm den als Ältesten, aber wenn du einen hast, wo alle im Dorf wissen, das geht gar nicht, der Typ geht gar nicht, oder die geht gar nicht, dann nimm den nicht in die Ältestschaft, also den Typen, mach das nicht, weil das werden die Leute nicht verstehen, kann ja sein, dass er gerettet wurde von Jesus, aber das muss sich auch widerspiegeln in seinem Leben und dann warte, wir können ja auch warten, man kann ja dann auch warten, der Typ ist gerade zum Glauben gekommen, hat sich gerade entschieden, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, dann warte doch noch, bis sich das in seinem Leben auch wirklich ausdrückt, etabliert hat, bis er nicht mehr so geizig ist und so fies ist und nur rummeckert und nur seine Leute verklagt, seine Nachbarn verklagt und terrorisiert, dann warte doch, bis sich sein Leben ändert, dann kann er ja immer noch Ältester werden, wenn Gott das wirklich will. Also, das ist schon eine wichtige Sache mit dem Ruf, auch Timotheus selber und das ist interessant, in Apostelgeschichte 16 können wir über Timotheus lesen, dass Paulus sich über Timotheus erkundigt hat. Paulus wollte jemanden mitnehmen und er wollte Timotheus mitnehmen auf Reisen, aber er hat das nicht einfach so gemacht, sondern er hat sich erstmal erkundigt bei den Brüdern in Lystra und in Ikonien. Also er hat auch nicht nur in einer Gemeinde oder nicht nur so eine Gruppe von Leuten gefragt und hat gesagt, hey, der Timotheus, was ist das für ein Typ? Ist der korrekt? Ist der vertrauenswürdig? Wie ist das mit dem? Sondern er hat auch noch eine zweite Gruppe von Leuten gefragt nach Timotheus und nachdem die beide gesagt haben, ja, Timotheus ist ein wirklich korrekter Typ, hat Paulus gesagt, alles klar, den nehme ich mit. Der hat einen guten Ruf unter den Brüdern. Natürlich auch wichtig, unter wem man einen guten Ruf hat. Wenn man einen guten Ruf hat unter den totalen Idioten, dann ist das so mittelmäßig wertvoll. Gut, lesen wir noch kurz weiter. Keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht allzu lange noch quälen, aber wir schauen mal, was hier noch so geht. Das ist die Sache mit dem Ruf. Also Geheimnisse, nicht ausplaudern und seid in eurem Dorf ein korrekter Mensch. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Vers 11 Wie goldene Äpfel dargeboten in silbernen Schalen, so ist ein passendes Wort, das im richtigen Augenblick ausgesprochen wird. So oder ähnlich hatten wir das auch schon in den Sprüchen, aber diese, ja, es ist doch so, so wertvoll, wenn jemand im richtigen Moment das Richtige zu dir sagt, oder? Das kann einen so einen Boost geben, das kann einen so ermutigen, das kann einen so motivieren. Das ist auch eine richtige Kunst, aber, ja, wir sollten auch darauf achten, dass wir auch immer mal unseren Mitmenschen was Gutes sagen. Dass wir sie nicht nur ansprechen, wenn es Probleme gibt, sondern sie auch mal ansprechen, wenn es was Gutes aufgefallen ist, oder wenn wir was, es gibt ja so die Angewohnheit, ich rede eigentlich immer nur mit jemandem, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber wenn der was gut macht, sage ich es nicht, ich denke es einfach nur. Ist auch in der Ehe eine schöne Angewohnheit, wenn man immer nur miteinander redet, wenn es Probleme gibt, aber niemals dem anderen sagt, ey, weißt du was, ich finde das eigentlich total Hammer, keine Ahnung, dass du gerade das gemacht hast, oder wie du da bist oder so. Das denkt man zwar in seinem Kopf, aber der andere kann keine Gedanken lesen. Deine Frau oder dein Mann kann keine Gedanken lesen. Also bitte sag auch das Gute und denk es dir nicht einfach nur. Also an alle, die diese schlechte Angewohnheit haben, ich habe dir auch so ein bisschen, also öfter mal einfach auch das Gute sagen, was wir denken über den anderen. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so ist eine weise Ermahnung für den, der ein offenes Ohr dafür hat. Also es ist etwas sehr Gutes, wenn Menschen ihren Lehrern zuhören, wenn jemand lehrfähig ist und bereit ist zuzuhören und zu lernen. Das ist auch ein Thema, was sich Durchsprüche durchzieht. Vers 13, wie eine Abkühlung mit Schnee an einem heißen Erntetag ist ein zuverlässiger Bote für seinen Auftraggeber, eine Wohltat für seinen Herrn. Das sind diese Kommunikationsformen, die es damals gab. Es gab kein Telefon, es gab kein Internet, es gab kein WhatsApp. Also du hast dann eventuell mal einen Boten geschickt irgendwo hin, wo du nicht mal selber eben hingehen konntest. Und dann war es natürlich extrem wichtig, dass diese Boten auch wirklich dahin gehen, wo du sie hinschickst, dass die Nachricht also auch wirklich ankommt, weil manchmal muss man ja auch darauf bauen, dass die Nachricht wirklich angekommen ist. Manchmal ist es ja wichtig, dass eine Nachricht auch den anderen erreicht, in bestimmten sehr wichtigen Fällen. Keine Ahnung. Ihr könnt euch denken, um welche Dinge es so gehen kann. Und heute sehen wir das bei WhatsApp mit so zwei Häkchen und sind immer ganz beruhigt. Und es macht uns manchmal ganz wahnsinnig, wenn nur ein Haken daran ist, weil wir denken, verdammt, warum kommt diese Nachricht nicht bei ihm an? Warum liest er diese Nachricht nicht? Warum ist sein Handy eigentlich aus? Warum guckt er nicht auf sein Handy? Schon drei Stunden guckt er nicht auf sein Handy oder sie. Und wenn dann die zwei blauen Häkchen kommt, die Nachricht ist angekommen. Das tut gut. Das ist gut. Denn es war eine wichtige Nachricht. Ja. Und diese treuen Boten damals, das war natürlich echt etwas unglaublich Wertvolles, wenn du so jemanden an der Hand hattest, wo du wusstest, ich kann mich auf den verlassen, der macht straight seinen Weg dahin, der macht keine großen Umwege, der macht keine großen Pausen, der liefert diese Nachricht ab. Treu. Und das ist so wichtig. Und Gott beruft uns auch dazu, treue Boten zu sein. Und wir haben eine sehr, sehr gute Botschaft. Wir haben keine Schreckensbotschaft. Manche Boten hatten ja wirklich schreckliche Nachrichten. Ihr kennt die Geschichte von David und Jonathan und wo dann dieser eine Bote kommt mit der Nachricht, Saul ist gestorben. Und Jonathan auch. Und er hat auch noch die Botschaft, wie das passiert ist. Und das war eine sehr, sehr, sehr schlechte Botschaft. Und mit solchen Botschaften ist man nicht gerne eigentlich zu den Königen gegangen, weil man wusste manchmal nicht, wie die Könige dann auch auf dich als Boten reagieren, weil das war manchmal auch gefährlich. Es gibt da noch so eine Geschichte, ja auch eine traurige Geschichte eigentlich, wo ein Sohn von David gestorben ist, der Absalom, nee nicht der Absalom, doch Absalom, Absalom, der im Kampf mit seinen Haaren im Baum hängen geblieben ist und dann konnten die anderen ihn einfach aufspießen und dann musste das irgendjemand dem König sagen. Dann haben sich alle gedrückt erst mal. Wollte keiner, keiner wollte diese Botschaft zu David bringen, weil jeder wusste, David wird emotional, wenn es um seinen Sohn geht. Ja, er ist dann nicht mehr, er ist dann nicht nüchtern, er wird logischerweise mega emotional und ich möchte nicht in seiner Nähe sein, wenn das passiert. Aber wisst ihr, was cool ist? Wir haben eine gute Botschaft. Als Christen. Wir haben nicht eine Todesbotschaft, wir haben nicht eine Schreckensbotschaft, sondern wir haben eine Freudenbotschaft. Und lass uns da einfach treu drin sein, denn im Gegenteil, wir können Menschen glücklich machen mit dieser Botschaft. Wir können ihnen sagen, dass Gott sie liebt und dass Gott alles dafür getan hat, damit sie Teil seiner Familie werden können. Also so eine gute Botschaft. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir für diese verschiedenen Sprüche, Herr. Ich bitte dich, dass du uns vielleicht auch noch mal daran erinnerst in dieser Woche, dass wir vielleicht auch noch mal reinlesen und darüber nachdenken, etwas länger über diese einzelnen Sprüche. Ja, und das sind kluge Weisheiten und ein guter Rat, den du uns gibst, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zu diesen Menschen machst, die einen guten Ruf haben in ihrem Umfeld, der dann auch dir zur Ehre ist, Herr. Und auch einfach, ja, auch einfach gut ist für die Menschen, die um uns herum sind, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns, ja, aber auch zu treuen Boten machst, Herr. Dass wir auch einfach, ja, immer bereit sind, diese gute Botschaft zu bringen, Herr. Sie, ja, zu erzählen, wenn uns jemand fragt, aber vielleicht auch einfach von uns heraus, Herr. Ja, bitte schick uns auch einfach zu den richtigen Leuten, wo diese Botschaft hingehört, die diese Botschaft unbedingt hören müssen, Herr. Ja, vielleicht jetzt nächste Woche, Herr. Ich bitte dich, dass du da einfach auch unsere Wege führst, unsere Schritte längst, Herr, dass wir zu den richtigen Leuten kommen und all die anderen Dinge, die wir heute gelesen haben. Ja, mach uns wirklich zu weisen Menschen, damit wir für uns, für unsere Familien, für die Gemeinde, aber auch für diese ganze Stadt, für unser Umfeld, in dem wir leben, damit wir ein riesiger Segen sein können und, ja, kein Stolperstein sind, Herr. Amen.